da sind die wahrscheinlich über uns wie jetzt ist der rote ding ist weg Loha gibt es doch gar nicht wir müssen oben drüber sein das kann ich mir nicht vorstellen oder erklären wenn er Geld gesammelt Kohl übersehen ist das ist oben da ist er Prozent nur genau und heute nicht auf die hier ist wieder cool dem was habe ich das gedacht in der Frotte da dies mit ihm war ist mir lieber Prozent 1 das war noch mal nach oben Moment, hier wird mir nochmal Geld angezeigt ich habe ihn gefunden, alle hierher überall Geld da hinten habe ich einen laufen, kann man nicht rein das Treppenhaus, ist auch noch Kohle was, was, was da wollen wir gucken, wir mal hier, oh schafft uns diesen Motherfucker ich habe ihn gefunden, alle hierher ich soll liegen er hat noch einen getötet du dich Arschloch er bringt uns um das ist es gewesen sein Munition eingesammelt, Geld eingesammelt nö, die nennen wir nicht mit ich bleibe bei meiner süßen Schrotflinte können wir mal nachladen so, irgendwie muss hier noch Geld sein, glaube ich hier, an der Tresen, genau an der Tresen oh man schön, das hat noch nicht gereicht okay das haben wir auch Zeitlupen schießt das also komplizierter geht es wohl nicht okay, hier geht es schade schade guck mal jetzt mal bei den guck mal, Frau wo war der denn hier ist Treppenhaus, genau hier unten muss auch gleich irgendwo die Kohle sein ach scheiße, jetzt komme ich hier auch nicht raus und so zu guck mal hier wow das Büro ach das war das Geld okay oh warte, da hängt noch was oh Vargas Gemälde Darley Hollow oh man, schön können wir nicht aufmachen hm wie war das allmächtiger allmächtiger ach so, ja, äh, wir müssen jetzt uns wieder na 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 wo ist es denn jetzt grün? da und das war ein bisschen zu früh aber hat noch geklappt er ist hier genau ah so tell tell shirley it's been a good week ronnie sold around five grand war war kann dann off shit and sheen schlug in around seven grand sehr autor get richie off ja, das hätten sie mal vielleicht, ähm sag charlie es war eine gute woche ronnie hat zugang für etwa fünf riesen verkauft jenna hat etwa sieben riesen eingebracht das sollte uns richtig zum vom arsch halten, okay ach, man kann da unten zum übersetzen draufklicken so okay ach, warte mal ach, warte mal also, wir haben glaube ich bald das geld zusammen machen wir das gleiche nochmal hopp sag's weiter, jede frau die hilfe braucht soll ins pierced heart gehen danke, danke dir so, befreien wir die jetzt auch mal, äh dann haben wir es gleich ach, scheiß, ihr habt ihr direkt drücken könnt, aber oh Gott die, äh, die, die wollten so, Notiz lesen, Moment Notiz lesen, äh, ich lasse mich von diesen laden hier nicht fertig machen einen tag nach dem anderen aber ich habe keine zweifel dass ich meine familie wiedersehen werde sobald du hier raus bist, geht zu kassandra ins pierced heart sie hilft dir so, dann lesen wir das auch nochmal sag's schalier, es war eine gute woche Ronny hat Zugang, äh, hat Zeug für etwa 5 Riesen verkauft Jean hat etwa 7 Riesen, äh, reingebracht das sollte uns, ach so, okay, das hatte ich schon was ist mit ihr, willst du eigentlich sitzen bleiben? ok, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen äh, wo lang jetzt? Gute Frage, nächste Frage müssen wir jetzt wieder nach unten wir haben noch nicht genug Schaden, äh, äh, von bei 4000 wir müssen also noch Schaden machen wir gucken, wenn ich jetzt, äh, hier runter gehe hier war ja wieder zu hier ist ja wieder zu wär immer noch zu ok, dann haben wir auch drange eieieiei mhm, 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 mhm mhm, so langsam wird's lästig hier alles ist zu, nirgendwo kann man rein Mist hab ich mich jetzt wieder verlaufen? warte, joh feindliche zurück feindliche zurück oh mein Gott, oh mein Gott oh mein Gott wo sie ist denn hier einer komm hoch aus deiner scheiß du hast aber genug munition verballert jetzt sag ich dir wo ist eigentlich jetzt unser geiler sportwagen hin jetzt ist er weg so ein scheiß aber auch aber ich habe immer noch was grünes das ist irgendwie oben ist das das muss ich wieder rein muss ich die frau darum mitnehmen oder was die folgt ja irgendwie nicht ach Mensch ach ich will doch nicht das da haben vielleicht lacht der weg weiß nicht wieso will die nicht abhauen was nein das hatte ich schon gelesen ja gute frage nächste frage ich weiß nicht was ich machen soll mit der wird so angezeigt dass ich ich kapiere es nicht gerade das ist mit so die sind weg aber noch was zum lesen was war jetzt das hinterzimmer hier ja die frage nächste frage wenn die nicht will ich weiß nicht ob jetzt das auto aber da war hier runter ich hätte sonst den weißen cadillac genommen aber ich kann wahrscheinlich aus dem tor nicht raus ja 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 evtl ja 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 Den kann man schlecht umwerfen. Mir wird angezeigt, dass ich noch nicht fettig bin. Ja, ich soll doch da bleiben. Ich fahr jetzt, ich fahr jetzt. Hatte Pech gehabt. Rede mit Donovan. Und wer ist Donovan? Ich weiß nicht, ob ich die jetzt... Ich meine, ich weiß nicht, ob ich... Ich geh lieber noch mal hin. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Ich weiß jetzt gar... Fröhung, voll ungerannt. Äh, wer ist Donovan? Warte mal, ich geh mal auf. Äh... Kassandra, teils Voodoo-Laden, teils Hauptquartier von Sandra, okay. Semis Bar, derzeit Bargeld in der Brieftasche. Ähm... Okay, reden wir mit Donovan. Okay, ich fahr jetzt aber erst hin, um die Kohle da zu machen. Na? Wenn ich unterwegs eine andere Karre finde, dann werde ich da auch schon. Echt uncool, dass man mir mal eine geile Karre geklaut hat, ey. Da hat er nicht mehr... Ich geh jetzt mal hin. Ja. 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 unser erster diebstahl soja der wir das richtige war damit noch mal richtig gelb in den tank wagen das war das was was geld unten in den tresor das will ich nicht für die klamotten an alle einheiten verfolgung beenden suche abbrechen und streifendienst wieder aufnehmen ich wiederhole verfolgung beenden suche abbrechen und streifendienst wieder aufnehmen so dann fahren wir jetzt mal da müssen wir so mit donnerstag reden ich vermisse das ist ein orangen wagen oh man Ja. Äh. Äh. So. Warte mal. Lass ich ihm den. Hier steht ja unser Moped. So. Donnerwenn wir kommen. Wir wollen. So. Ich hoffe ihr langweilt euch nicht ein bisschen Leute. Aber dieses Spiel das zieht sich schon echt mal ein bisschen hin. Ja. So. Mal rein. So. 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 So.